Hallo Leute, heute kommt jetzt noch ein neues Video. Ja, es dreht sich nicht um diese komischen Gesichter, wie man die faltet oder was die für einen Sinn ergeben. Nein, heute dreht sich um alles um diese Dinge. Stifte. Also nicht, was man mit dem anfangen kann, wie man sowas malt. Also, es dreht sich um den kleinsten Stift. Also, wollt ihr mal sehen, wie klein mein Stift ist? Okay, ich gebe dir fünf Sekunden Zeit zum Schätzen. Zehn, äh, fünf, vier, drei, zwei, eins, los. Tada! Guck mal, Leute, habt ihr mal so einen kleinen winzigen Stift gesehen? Mal ganz genau drauf. Hier. Wie klein der ist. Also, das ist nicht gefakt. Oh, wartet. Wo? Okay, ja. Hier. Zum Vergleich. Ein Zentimeter, 20 Zentimeter. Zeigt euch bisher mal den kleinsten Stift der Welt. Also, hier etwas seht ihr. Also, warte. Hier. Aha. Hier. Der kleinste Stift der Welt ist so lang. Drei Millimeter, den dünnen, also. Das soll ich? Ja, hier, Farbe. Pink. Okay, gut. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst unbedingt ein Like, ein Abo da. Wenn ihr mal so einen kleinen Stift gesehen habt, dann auf jeden Fall. Und wenn nicht, ist es mir egal. Aber lasst trotzdem ein Like und ein Abo da. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr es gesehen habt. Ciao, ciao. Oh, mein Gott. Weltrekord gebraucht. Tschüss.